Na, wir bekommen was Angeknappertes. Mal wieder. Und damit hat oderseits und willkommen zurück bei Rainbow Six Siege. Blah. Die Bomben schützen. Böses Auge ist bereit. Die Gegner haben eine Bombe entdeckt. Zum Angriff bereit. Achtung, die Gegner haben eine Bombe gefunden. Platziere mein böses Auge. Lademagazin. Es bleiben noch 10 Sekunden. Erzeit. 5 Sekunden. Der Gegner hat eine Bombe lokalisiert. Macht euch angriffsbereit. Stört der Gegner. Diese Tür ist sicher. Wand gesichert. Ey, blöder Typ ey. Wir sind schon drin. Okay. Die Maus hinten bei mir. Oh ja, auch Studiozimmer. Die haben da IBANA. Mann. Woher weiß er denn das schon wieder, ey? Ach, Sophia, du. Meine Kallchen sind in Position. Meine Kallchen sind in Position. Ich habe ein Nächtchen platziert. Laughing. Man muss, wie geht es dir Bye. Okay. kasih. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Verletzt Noch einer drin im Studierzimmer 15 Sekunden noch Scheiße Ein Operator des eigenen Trupps verbleibt Fünf Sekunden übrig Die Gegner haben einen Entschärfer neben einer Bombe platziert Zerstört ihn Entschärfer aufgespürt Sofort zerstört Der eigene Trupp hat den Entschärfer zerstört Mission des eigenen Trupps erfolgreich Eine weiße Schrottflinte Sofort zerstört Sofort zerstört Wir müssen eine Bombe aufspüren Bibliothek Grabschrauben Na toll, der Echo Was flackert denn die Kamera da? Die Drohnen die ganze Zeit Fünf Sekunden bis Einsatz Rück zur Bombe vor und entschärft sie Der Entschärfer ist nicht länger in deinem Besitz Entschärfer wurde zurückgeholt Hallo Grabschrauer Grabschrautöpferei Magazin Wechsel Oh, was? Warum fällt die auf das Scheißfenster? Ah, die war weg Bombe gefunden Die ist hier offen Ja, hab aufgemacht Entschärfer ist online Aktiviert Eigener Trupp hat Gegner eliminiert Ach, Steinboden Macht ein Nickerchen IQ hat sich weich gemacht Liegt auf dem Teppich Und dann geht es hier Wir müssen eine Bombe aufschüren. Wieder gleich. Ja. Jäger. Wieder die Grafschuhe. Eure Drohne hat eine Bombe gefunden. Jägerschuhe. Eine Läsion haben sie noch. Ach, da ist er. Zehn Sekunden bis zum Einsatz. Ah, da kommt jemand. Fünf Sekunden bis zum Einsatz. Bombe gefunden. Gelang zu ihrer Position und entschärfen sie. Die Läsion ist schon mal weg. Dieser blöde dunkle Baum. Gut, dann hat er bloß eine Mine am Fahrrad. Echt jetzt. Und Absicht oder nicht? Keine Grafschuhe mehr. Na, was machen sie da? Er ist doch tot. Der Entschärfer ist nicht länger in deinem Besitz. Strom. Was bist du, Ibaner? Noch ein Gegner übrig. Entschärfer wurde erneut gesichert. Mach den Schacheldraht da weg. Gut, dankeschön. Ein verbleibender Operator vom eigenen Trupp. Immerhin hat er einen Treffer bekommen. Noch zwei Gegner, ey. Gegner eliminiert. Eigener Druck erfolgreich. Zwei Gegner. Ja, zwei Gegner noch. Nicht lebend, sondern in Summe da. Tja, wir sind hier reingekommen. Ja, wir sind hier reingekommen und schon hat sich das Ganze gedreht. Aus 0-1. Daran wird's liegen. Ja, wir sind hier reingekommen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Ubisoft wird schon dafür sorgen, dass wir 5 gegen 5 spielen Der Hammermann tanzt aus der Haie Wir müssen eine Bombe aufspüren Cafeteria oder Hammam, Hammam, Hammam Ja, vielleicht, eventuell Ja, Hammam Kapkan haben sie auch Also Hat eine schallgedämpfte Pistole Eure Drohne hat eine Bombe gefunden Rein mit dir und Deckel zu Dann machst du den kleinen Spalt auf und kannst durchloren 5 Sekunden bis Einsatz 5 Sekunden bis zum Einsatz Gelangt zu der Bombe und entschärft sie Haltet nach anderen Ausschau Das sieht so schön aus Wer hält? Einer hat das oben rum Okay Brille an Raus aus dem Sprengbereich Oh, lebt die Drohne noch? Hm Einer ist bei mir am Gang hier an der Treppe Vom Hammam in etwa Eine Kapkan wieder weniger Im Gang ist er Boah, hat mich abm angeschossen Jäger, Stöße und am Mann im Gang Psst Nur noch ein Gegner übrig Ich guck da, wo der Drohne stand Schade, da hat er doch noch ganz wenig Leben gehabt, der Typ Ich auch Oder wo es noch ist Hm Der Kampf gegen die Der Kampf der Lebenlosen Das war aber nicht Jäger, oder? Ne, es war jetzt Stöße und am Mann der Letzte Ich hab gesehen nie Ja Stöße und am Mann 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 Ihr müsst eure Drohne verwenden, um eine Bombe aufzuschwüren Kaffee Cafeteria sauber Kaffee 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 drohne hat eine bombe und kärchen machen noch zehn sekunden ich bin so einer kack und 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 Das war's für heute. Oh, das war eine Team. Hä, die war blau. Ja, jetzt kommt der hinter mir an. Scheiße. Vigil. Vigil ist der Letzte. Ein verbleibender Operator vom eigenen Trommel. So, du kannst du einen Schärfer. Vigil ist der Störsender. Innen Störsender. Eigener Trupp wurde eliminiert. Warum muss denn da noch ein Störsender stehen? Störsender, Mann. Vom Togepi wollte, dass ich da die verstärkte Wand aufmache. Verschlafsahm. Die verstärkte Wand hat er. Hat die keine Sprengnahrung? Eine verstärkte Wand. Achso, verstärkt. Hoch. Zu viert. Kann man bloß drei Leute aufmachen. Die waren nicht anwesend. Ich soll jetzt auch mal horschen, ob die Störsender man haben. Die Bomben sichern. Böses Auge eingesetzt. Zu viert. Toll. Störsender Mann macht Pause. Achtung. Ein Bombenstandort ist in Gefahr. Verschwemme hier keine Zeit. Es bleiben noch zehn Sekunden. Aktiviert. Fünf Sekunden noch. Tür gesichert. Störsender Mann. Das ist ein Vier. Scheiße. Das ist ein Vier. Scheiße. Scheiße. Hammermann 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 Sophia und zwei Fragezeichen Störsender gestartet Ach, scheiße Stock Was? Das war so viel mit Hut? Ich dachte, das wäre die Girt Ein Operator des eigenen Trupps verbleibt Aha Eigener Trupp eliminiert Höchst ungeleitet Seit wann hat Sophia so einen Fischehut? Hat die Girt überhaupt so einen? Ich weiß, standardmäßig hat die denn nicht, aber Wegen des Huts habe ich sie überhaupt nicht erkannt Wie gut man sich so mit sowas zu ankern Und bis zum nächsten Mal, macht's gut Und tschüss tschüss Und bis zum nächsten Mal Und bis zum nächsten Mal Und bis zum nächsten Mal